Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über Verben mit der Präposition mit. In diesem Video werden wir uns verschiedene fünf Verben ansehen, die alle mit der Präposition mit verwendet werden können. Wir werden uns anschauen, was diese Verben bedeuten und wie sie in Sätzen verwendet werden. Also lehn dich zurück, entspanne dich und lass uns loslegen. Wir beginnen mit dem Verb anfangen. Dieses Verb wird verwendet, um zu beschreiben, dass man eine Aktivität beginnt oder startet. Es kann sich auf verschiedene Aktivitäten beziehen, wie zum Beispiel ein Projekt, eine Arbeit, eine Rede, eine Reise oder eine neue Gewohnheit. Hier sind einige Beispiele. Der Vortrag hat mit einer kurzen Zusammenfassung der Hauptpunkte angefangen. Wenn du ein neues Buch liest, solltest du mit dem ersten Kapitel anfangen. Der Kochkurs fängt mit einer Einführung in die verschiedenen Zutaten und Techniken an. Um ein neues Projekt zu starten, muss man oft mit einer detaillierten Planung anfangen. Das nächste Verb ist aufhören. Es beschreibt das Ende einer Aktivität oder eines Ereignisses. Wenn man mit etwas aufhört, hört man damit auf, es zu tun oder es zu verwenden. Es kann eine bewusste Entscheidung sein, aufzuhören, oder es kann durch eine äußere Umgebung bedingt sein. Man kann beispielsweise mit dem Rauchen aufhören, um seine Gesundheit zu verbessern, oder mit dem Spielen aufhören, um sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren. Lass uns die folgenden Beispiele anschauen. Ich höre immer mit dem Essen auf, wenn ich satt bin. Sie hat aufgehört, Zigaretten zu rauchen, um ihre Gesundheit zu verbessern. Wir sollten mit der Verschmutzung unseres Planeten aufhören, bevor es zu spät ist. Der Lärm hat aufgehört, als die Musik endete. Das nächste Verb ist sich beschäftigen. Es wird verwendet, um auszudrücken, dass man sich um etwas kümmert. Es kann sich auf eine Vielzahl von Dingen beziehen, wie zum Beispiel ein Hobby, ein Projekt, eine Aufgabe, eine Arbeit oder ein Thema. Wenn man sich beschäftigt, setzt man sich aktiv mit etwas auseinander und investiert Zeit und Energie, um es besser zu verstehen oder zu entwickeln. Man kann sich beispielsweise mit einer neuen Programmiersprache beschäftigen, um seine Fähigkeiten in diesem Bereich zu verbessern, oder sich mit der Geschichte einer bestimmten Stadt beschäftigen, um mehr über ihre Kultur und Entwicklung zu erfahren. Lass uns ein paar Beispiele anschauen. Ich beschäftige mich gerne mit Kunst und Kultur. Ich beschäftige mich gerne mit Musik und spiele in meiner Freizeit Gitarre. Sie beschäftigt sich derzeit intensiv mit ihrer Masterarbeit und verbringt viel Zeit in der Bibliothek. Er hat sich entschieden, sich mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen und nimmt an einer lokalen Initiative teil. Rechnen ist ein Verb, das verwendet wird, um auszudrücken, dass man im Voraus überlegt, welche Auswirkungen oder Folgen etwas haben kann. Man kann beispielsweise mit höheren Kosten rechnen, wenn man ein neues Haus baut, oder mit schlechtem Wetter rechnen, wenn man eine Reise plant. Wenn du ein Auto kaufst, musst du mit zusätzlichen Kosten für Wartung und Reparaturen rechnen. Die Planung einer Hochzeit erfordert viel Zeit und Geduld, da man mit vielen Details und Herausforderungen rechnen muss. Wenn du eine Reise planst, solltest du mit Verspätungen und Stornierungen von Flügen und Hotels rechnen. Wenn du ein Geschäft eröffnest, musst du mit unterschiedlichen Marktbedingungen und Konkurrenz rechnen. Sich verabreden ist ein Verb, das verwendet wird, um auszudrücken, dass man sich mit jemandem zu einem bestimmten Zeitpunkt und Ort trifft. Es wird oft in Bezug auf soziale Aktivitäten wie zum Beispiel Treffen mit Freunden oder einem DIT verwendet. Wenn man sich mit jemandem verabredet, wird ein konkretes Datum, eine Uhrzeit und ein Ort vereinbart, an dem man sich treffen möchte. Es kann auch andere Details geben, wie beispielsweise den Zweck des Treffens oder die Aktivitäten, die man gemeinsam machen wird. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele an. Das war unser Video über Verben mit der Präposition mit... Indem du dir diese fünf Verben und ihre Bedeutungen merkst, kannst deinen Wortschatz erweitern. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat und dass du etwas Neues gelernt hast. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020